Ja, Experimentum Elementaris. Ja, jetzt habt ihr uns mit der Inventierung des Experimentum Crucis gequält, könnt ihr uns denn auch einfach den einfachen Schatten invertieren? Müsste doch gehen. Diese Frage hat es vermehrt gegeben und sie ist jetzt wiederholt worden, sodass wir hier offenbar nicht wegkommen. Nein, nein, die 1000 Satz können in Ruhe sitzen bleiben. Also Herr Olberts, Sie wünschten sich das Schattenbild der Kamera, dann müsste ich jetzt statt dieses Rahmens, das ist ein einfacher schwarzer Papprahmen, diese Kamera da hinfahren. Sind Sie einverstanden, dass das genügt? Okay. Okay, gut. Jetzt, Kamerateam, bitte light off. Ein Rahmen und sein Schatten. Und zwei helle. Jetzt nehme ich den mal weg. Sehen Sie ihn? Zwei. Nochmal mit. Das ist jetzt der dunkle Schatten. Und da sind zwei helle. Das ist ein invertierter Schatten. Also was ich hier vorne aufgebaut habe, ist ein partieller Hellraum. Und in diesem partiellen Hellraum wird, durch meine beiden Hände, werden zwei Dunkelquellen wirksam, die ich bewege, damit Sie durch den Kontrast sehen, was passiert. Und so wie es an der Stelle des Schattens dunkel wird, weil da was nicht hinkommt, was überall anders hinkommt, so bleibt es dort, wo wir den hellen Schatten sehen, hell, weil es überall anders dunkler wird. Und das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist. Das ist es. Das ist es. Vielen Dank.